Herzlich willkommen bei den Videos zum Flächeninhalt des Parallelogramms. Mein Name ist Tanja und ich darf dich durch diese Videos begleiten. Ein Parallelogramm ist ein Viereck, bei dem die einander gegenüberliegenden Seiten parallel sind. Die Längen der Seiten bezeichnet man üblicherweise mit klein a und mit klein b. Die einander gegenüberliegenden Seiten sind beim Parallelogramm gleich lang. Hier in blau eingezeichnet siehst du die Höhe, ha, des Parallelogramms. Diese steht im rechten Winkel auf die zugehörige Seite. In diesem Video lernst du, wie man den Flächeninhalt, Groß A, eines Parallelogramms berechnet. Wie man ein Parallelogramm auch dreht, verschiebt oder wendet. Der Flächeninhalt bleibt gleich. Wie aber berechnet man den Flächeninhalt eines Parallelogramms? Das werden wir jetzt gleich herausfinden. Suche dir dazu eine Schere, ein möglichst langes Lineal, einen Stift und ein Blatt A4 Papier. Halte also bitte jetzt das Video kurz an und setze es wieder fort, wenn du diese Gegenstände griffbereit hast. Hast du alles gefunden? Super! Dann legen wir gleich los. Wir werden aus diesem weißen Blatt Papier hier ein Parallelogramm ausschneiden. Dazu messe ich von der oberen Ecke hier eine gewisse Länge ab. Ich habe mich für 7 cm entschieden und markiere die Stelle. Genau die gleiche Länge messe ich auch hier unten ab, also wieder 7 cm. Nun verbinde ich diese beiden Punkte mit dem jeweils gegenüberliegenden Eckpunkt. Einmal und noch einmal. Dieses Parallelogramm muss ich jetzt nur noch entlang der schwarzen Linien ausschneiden. Das war's für heute. Das war's für heute. Die Seitenlängen des Parallelogramms beschrifte ich mit klein a und mit klein b. Jetzt fehlt uns nur noch die Höhe. Die Höhe steht im rechten Winkel auf die Seite. Ich möchte sie hier beim Fußpunkt dieses Eckpunkts einzeichnen. Daher nehme ich wieder mein Lineal zur Hilfe. Ich messe 7 cm ab und verbinde diese beiden Punkte. Hier haben wir einen rechten Winkel. Die Höhe beschrifte ich mit h a, weil es die Höhe auf die Seite a ist. Jetzt haben wir alle Größen die wir brauchen eingezeichnet und beschriftet. Wie aber berechnet man den Flächeninhalt des weißen Parallelogramms? Also wie kann ich herausfinden, wie groß diese weiße Fläche hier ist? Ich gebe dir einen Tipp. Schneide einmal entlang der Höhe durch. Ich habe das auch schon gemacht. Verschiebe ich nun dieses rechtwinklige Dreieck. Genau hierher nach rechts. So erhalte ich ein Rechteck mit den Seitenlängen a und h a. Wie berechnet man den Flächeninhalt dieses Rechtecks? Versuche eine Formel dafür zu finden. Halte das Video nun kurz an. Den Flächeninhalt eines Rechtecks erhält man, wenn man die Länge des Rechtecks mit der Breite des Rechtecks multipliziert. Hier also lautet die Formel für den Flächeninhalt des Rechtecks Groß a ist gleich a mal h a. Der Flächeninhalt dieses Rechtecks ist genauso groß wie der Flächeninhalt dieses Parallelogramms hier. Wir haben ja nur das Dreieck nach rechts verschoben. An der weißen Fläche hat sich nichts geändert. Für den Flächeninhalt des Parallelogramms gilt also die Formel a mal h a. Diese Formel für den Flächeninhalt gilt für jedes Parallelogramm. Du solltest sie dir also gut merken. Danke fürs Mitmachen und bis zum nächsten Video.